So, da bin ich wieder. Folge irgendwas. Folge irgendwas mit mir dem Illy. Subnautica. Ich habe letzte Folge dieses Wrack gefunden. Das hat sich mega gelohnt. Aber wir sind noch nicht fertig in dem Wrack. Denn da gibt es noch ein paar andere Dinge, die sich entdecken lassen. Da werden wir jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir die Dinge finden. Nicht so viel Zeit vertrödeln. Da waren wir schon. Ich frage ihn nicht mehr gerade schon. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Ich glaube, das war es soweit. Ja. Okay, das hatten wir noch nicht. Ich bin schnell wieder raus hier. Wir können jetzt in die Modifizierungsstationen. Moment mal. Ah, das Thermal. Die Thermalklinge kann ich jetzt auch bauen. Nett. Gut, ich gehe jetzt noch raus, weil... Wir sind hier immer noch nicht fertig. Denn hier war ich nämlich noch nicht. Oh. Ah! Gut zu wissen. Das ist einfach nur ein Ausgang. Gut, dann hat sich das fett, mega fett gelohnt. Okay. Jetzt ist das fett, mega fett, mega fett. Jetzt needs to know. Ich habe noch ein Fragment für dieses komische Tauchding. Da! Ne, das ist nur eine Pizza. Aber vielleicht kann ich hier ausgehen. Ne, offenbar ist das nichts besonderes. Ich muss halt jetzt gucken, wo ich die Materialien her bekomme. Das könnte es allerdings sein. Oh, Zyklop, ich habe das Rumpfteil gefunden. Ja, eins von drei. Das Rumpfteil. Rumpzyklop, nice. Was liegt hier noch? Energietransmitterfragment. Man, jetzt entdecke ich aber richtig viele Sachen. Oh, ich habe hier noch eine Frage. Ich bin einfach, wenn wir hier sind. Das ist nicht wirklich. Man kann es sich nicht. Aber ich habe hier noch Zeit, wo ich hier eigentliche. Das ist nicht Fragment? Es gibt einen Zeitpunkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, mir fehlt noch ein Rumpfteil. Ich schätze mal, dass es hier irgendwo liegt. Ich dachte, das kann man vielleicht ausgehen. Oh, da liegt noch irgendwas. Da ist aber schöne Schrott zusammen. Was ist denn das? Los gehen wir schon. Ich sehe nichts. Ach, da sind die wieder. Okay. Das ist nur Schrott. Was sind diese Elektrofische? Ich würde gerne da in diese Richtung weiter... Aber ich sehe halt nicht... Ich sehe halt leider... Gar nichts. Was war denn das? Ich glaube, ich bin hier irgendwo gerade über... Über einen Stein drüber. Da sind die Elektrofische. Da sind die Elektrofische. Das haben wir hinterher geschwommen, die blöde Kack-Sau. Da sind die Elektrofische. Da sind die Elektrofische. Da sind die Elektrofische. Ich denke, ich bin hier. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. So, wir haben uns eine Boje gemacht. Das heißt, wir wissen, wo hier was ist. Das könnte... Das ist nicht ein neues Biom. Das ist immer noch das Pilz-Biom. Bevor wir da weitermachen, würde ich sagen, suchen wir ein Zuhause. Das ist gar nicht mal so weit weg. Ich würde gerne noch dieses eine Fragment finden. Hier vielleicht? Nee, das sieht eher nach Schrott aus. Ja, Metallschrott. Das ist ein Fragment in der Pilzregion. Da muss es noch irgendwo ein Fragment geben, was hier rumliegt. Das könnte es sein. Obwohl, das könnte aber auch eher die Fahrzeug-Dingsbums sein. Für den Brückenfragment! Ja! Erstes Brückenfragment-Teil. Aber ich wollte das Rumpffragment. Wollen wir drei verschiedene, mit dem mittleren Teil auch noch? Wir sind übrigens wieder sehr, sehr dicht am Leviathan dran. Das merkt man übrigens daran, dass hier die Kamera 4 ist. 400 Meter. Das heißt, da muss sie irgendwo in der Nähe sein, der Leviathan, also der Reaper, meine ich. Da sind diese Elektro-Fische. Die sind jetzt auch nicht im Dunkeln begegnen. Nein, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach nach Hause. Ich denke, wir haben noch genug Zeit, uns das hier unten anzuschauen. Ich bin auf jeden Fall ein ganzes Stückchen weitergekommen. Gut, dass ich mich daran gemacht habe, ein bisschen zu verstehen, wie diese ganze Welt aufgebaut ist. Ja, man könnte im Internet reingucken und sich die Karte holen, aber hey, es macht auch mehr Spaß, das selber zu entdecken alles. Man findet diese komische Tauchstation, wo ich dann halt meine Fahrzeuge drin bunkern kann. Das möchte ich gerne bauen, aber ich weiß nicht mal genau, wo ich das Fragment gefunden habe. Es kann sein, dass es hier war. Nicht so aus, als wäre hier irgendwas von wert. Ja, wo sind wir unser Boer, Biom, rotes Gras. Das ist jetzt nicht unbedingt unsere Basis hier. Wenn ich nur wüsste, wo ich diese einzelnen Dinger jetzt herbekomme, diese... Ähm... Ähm... Ihr wisst schon, ähm... diese... dieses Maglid und dieses Aero-Gel... Keine Ahnung, wo ich das herbekommen soll. Da müssen wir noch gucken. Halt, Lampe ausmachen. Er braucht sonst unnötig Stuhl. Welcome aboard, Captain. Lange keine Kommunikation mehr bekommen. Nicht, dass ich mich beschwere, aber... Inventar vorher ist nicht so gut. Wir können hier mal noch was, wie welche anpflanzen. Wenn wir hier das schon die ganze Zeit nicht über benutzen... Ich kann ja mal reingucken. Vielleicht habe ich da jetzt... Kann ich ja irgendwas Neues machen. Ich mich da wie manches da ist. Passstahl wackeln. Offensichtlich habe ich noch irgendwas nicht gefunden. Diese Pilzprobe, was mache ich denn damit? Ich lassopa einiges dien, ich nehme, ich nehme, begegge. Ähm... Ikon-Gummi kommt hier rein. Diamant kommt hier rein. So, dann müssen wir einmal einen nehmen. Was haben wir hier drunter? Da haben wir auch schon ein Zyklubteil, was ganz praktisch ist. Boah, hier unten ist ja auch alles voll. Eieieiei, dann können wir jetzt hier auch schon anfangen mit Titan alles zu beladen. Wie mache ich denn das jetzt? Muss ich da raus? Fahrzeugmodifikationsstation, vielleicht kann ich das dann hier... Oder ich muss das halt direkt da reinbauen. Seemod. Zyklub haben wir noch nicht alle für den Krebs, da fehlt uns jede Menge. Nee, das können wir nicht machen. Da fehlt mir irgendwas, was ich bauen muss. Ich glaube, ich brauche die Station. Das heißt, wir werden uns jetzt nochmal dahin begeben. Aber ich würde sagen, bevor wir das tun, werde ich an dieser Stelle einen Cut machen. Danke fürs Zusehen. Ähm, es war eine sehr erfolgreiche Session bisher. Und am nächsten werde ich mal dieses komische, ähm, Dingsbums suchen. Dieses letzte Fragment. Wie heißt denn das nochmal gleich? Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, Neptun-Plattform ist es nicht. Modifizierungsstation, genau. Aber wie baue ich die? Fahrzeugerweiterungen. Die Zyklub, genau. Hier, da fehlen uns... Ach, man braucht drei Sachen. Okay. Also vom Rumpfbauplan habe ich schon was. Genau, das Tauch-Dock möchte ich gerne haben. Das ist es. Energie, die Reichweite einer Energiequelle. Interessant. so dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal tschü